bei heute willkommen zurück zum weiteren let's play von mario kart 8 200 kubik nachdem wir letztes mal so abgelust haben ja wie immer eigentlich ja aber letztes mal war schon jetzt nehme ich mir herr um den super flitzer wir fahren jetzt den muslimus abladen platz sport kapp eigentlich auch relativ einfache strecken bei 50 und 100 kubik 150 ist es noch so ja ja geht wobei gespiegelt war schon scheißwertig ja gespiegelt ist es ja gespiegelt waren sie eigentlich alle scheiße so dann lassen wir es mal krachen eventuell im wahrsten sinne des wortes und wenn es so bei uns kracht ja du ja du hast mich voll nachgemacht du kleiner ja sage mal 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 viel zu schnell viel zu schnell oder viel zu doof sind wir ja wo er hin fährt ich krieg's ja gar nicht krägelt ja genau machen ja natürlich du mit deinem mit deinem dummen stern muss natürlich noch nicht reinfahren obwohl ich schon letzter bin ich bin ziemlich ja ja bischer bischer ach da ja davon kann ich mir nichts kaufen nicht ja da bleibe ich jetzt an der wand hängen dann kriege ich wieder die kurve nicht warum haut es mich ja natürlich liegt da wieder eine banane dahin ja so gehört sich das wenn du einmal an die wand fährst du bist du gleich auf minus 2 km h wenn du an die wand klatschest dann dreht sich die ganze zeit zu hässlich bis sie dann mal wieder weg kommen so jetzt habe ich dir alle weg geträumt die pisa das ist gut dann bleibe ich mal vom ersten weg und er hat mich nicht getroffen ich wollte doch gar keinen trick machen ich wollte auch nur um die kurve driften ey mann du fährst einmal an die wand und bist schon der siebter oder so super da bist du einmal erster und kriegst nur so eine verkackte drecksmünze wie oft willst du mich eigentlich noch an derselben stelle drehen ja ich wollte keinen trick machen so was kann man ja natürlich natürlich warum auch nicht achter noch zweiter achso nimm deinen genau ja bringt mir nichts ich bin halt achter immer noch naja vielleicht überholt es ja noch einen siehst du toll ey mann immer bin ich unter den letzten fünf ey da weißt du mal wie das in dem vorhergehenden Rennen war wenn ich immer abgekackt hab ja aber jetzt ist es viel schneller und jetzt gewinnst du irgendwie die ganze zeit und ich kack voll ab was soll denn das ja irgendwo her kenn ich das das war nur andersrum ja aber das macht keinen Spaß ach da kann ich gleich am start stehen bleiben und dich machen lassen nein ich werde eh wieder siebter oder achter oder neunter oder zwölfter oder ich spüre da eine kleine äh unzufriedenheit ich spüre da eine leichte angepisstheit meinerseits weil ich es wieder nicht auf die kette kriegt wie immer ja oh kann man nicht bist du schon vor mir schießt den roten Panzer aber ab ja aber nicht auf mich nicht einfachste kurve kriege ich nicht gedriftet ey mann ey welcher schwanzkopf war das das war ich oh das kann ja wohl nicht wahr sein sehr dick oh wo ich hinfahre man ich hab ne ach so was ich hab gedacht du bist hinter mich hab nehm ich wieder ne bombe ja natürlich das du hast es mit mir ne ich kann einfach nix so siehts aus ach jetzt ich bin noch 10 da weiß gar nicht was du willst ja wer hast du das jetzt schon dir geschafft ja du bist weil ich nette kollegen habe mit denen ich spiele ach so ja meinen schon ja natürlich wem sonst meine oder was ne irgendjemand anderem nein das hat erst mit deinen vernichtenden äh abschießerei bimsdings zu tun gehabt oh neunter und ich werd mal ewig überhaupt nicht besser also wenn du da hinten bist, kriegst du echt nur auf die Fresse ich fahr jetzt auch mal unten lang vielleicht kann ich hier unten auch noch oh ich fahr bei dem ersten yes na endlich da wurde ich wohl überholt wieder von allen Seiten ja nicht neunte ja hatte gerade eben die Rakete ja wie ich nicht getriegt hab den böse nix driften kann gott das regt so auf wenn du nicht driften kannst du ein bisschen spiel so am Arsch so wie ich ja die mit ihren scheiß drecksbananen am ende ich bin stolzer elfter Platz ich bin zweiter geworden ich bin ich bin zwölfter hast du keine Lust mehr? nö hab ich ehrlich nicht mehr ach jetzt jetzt bisschen Motivation Kollege ich hab sieben Punkte ja ich hab noch nie so viele Punkte gekriegt glaub ich auch im letzten Cup glaub ich war ich auch einmal zwölfter oder? weiß ich nicht ich weiß es auch schon nicht mehr musst du angucken ab Mittag aufgeregt hab ich mich nicht mehr ach jetzt nicht mehr gemerkt die Kurzstrecke ich werd wieder in jeder Kurve rausfliegen ich seh's jetzt schon kommen der Alex ist etwas deprimiert innen in die Kurve rein ach leck mich am Arsch leck mich echt am Arsch nein nein das ist doch jetzt ein Witz oder? ach leck mich ach leck mich ja wie oft will ich noch in die scheiß Arschlöcher reinfahren schon wieder innen in die Kurve rein ich brech ab ich krieg den Kotzreiz meines Lebens und du ich fall du ich fall jetzt wirds eklig ach komm leck mich an der Kojonis an der Kojonis oh das war knapp hast du meinen eigenen Panzer getroffen ja jetzt muss die dumme Futter vor mir da noch die scheiß Pflanze kriegen ja zum Glück haben sie noch die Bombe gekriegt kleinen Pisser ach das darf nicht fehle ja geh doch von der Wand weg seien die eigentlich schon alle gezielt? nein ich bin sechster oder fünfter oder irgendwas vierter der erste kriegt die Bombefanzer nerf nur fünfter Worte das läuft wie die Sau wie geschnitte Brot ich hab mir ja fast überrundet ja passiert ihr müsstet mal das Gesicht vom Alex sehen ich bin im Ziel hey da bin ich noch zweiter wahrscheinlich er nicht oh noch dritter vier Punkte ja ich war die ganze Zeit zweiter so ne scheiße jetzt kommt bestimmt so ne asoziale Drecksstrecke jetzt eigentlich schon das letzte? ja 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 aber das wird nicht meine Strecke sein ah doch die geht ja das ist gut wenn man weiß wie man fahren muss dann ja wenn der Gegner nicht mit äh mitspielen würde wenn er mitspielen würde ich denke immer noch du bist dieser komische äh Metal Metal Mario ja das liegt wahrscheinlich daran das liegt wahrscheinlich daran ja das könnte Klammer nicht ich bin hinter dir ne meins nur so äh der dritter ja ja wie ich einfach in jeder Wand wo ich sehe hängen bleiben muss luigi kleiner wichser merci entschuldigung ja lass mich doch mal in ruhe jetzt dritter das geht ich muss ja mindestens äh keine Ahnung erster erster ja das betrifft mich nicht das betrifft mich gar nicht äh die Kurve so scheiße genommen man äh das nervt ooooh und ne verkackte Drecksbombe ooooh ist das gruselig was ich hier zusammenfahre ja genau Siegfried Siegfried und Roy hey ich glaube wir dürfen vorher nicht sagen dass die Strecken eigentlich leicht sind weil dann kriegen wir immer auf die Fresse aufs Maul und dann kriege ich immer diesen scheiß Drecksbumerang was bringt mir der denn also du bist ja erster was geht ja du warst aber grad erster ich krieg sie so ich bin so schlecht ich brauche mal was Guts und wieder von der Karte ey heute ist nicht mein Tag deine Mutter da hast du von mir den roten Panzer noch gekriegt ich wusste gar nicht dass du das bist ja jetzt flipp ich gleich aus lauter ja ich bin nur Fünfter Vierter ich war Vierter kurz verziehen das kann ja wohl nicht das kann doch nicht wahr sein das war glaube ich mein roter Panzer äh scheiß die Warn uuhh noch dritter geschafft 15 Punkte Schleimer bin ich gut aber ich habe es trotzdem geschafft als dritter ja Herzlichen Glückwunsch du kriegst von mir einen Pokal also gut nächste Woche bis denn mal und tschüss Ciao